Ich hoffe es zumindest... gegen Sabusan... wahrscheinlich... war klar. Uh, wir haben Sasuke dabei! Oha Sasuke! Naruto und Kakashi! Los geht's! Wuh! Nein! Das ist ein... Nenjutsu! Nein! Ohohohohoho! Jojo! Haha! Bam, bam! Ach ne, nicht tat! Nein! Nicht schon wieder! Ja, jetzt haben wir auch die Bonus-Herausforderungen schon mal abgeschlossen. Das wollte ich doch nur! Ja, aber jetzt geht's doch... Bam! Yeah, 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 yeah! Hier, hier! Friss das! Was? Kommt da direkt hinterher! Ach ne! Das war der ultimative Abschluss, oder? Ne, der hat jetzt die Chance dazu! Scheiße! 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 Den Kampf schafft man nicht! Ach! Ich muss auch noch mal neu starten! Dies war ein Licht-Kollege! Vergiss es! Woah, 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 woah! Ja, da! Eiskalt ausgetrickst. Ich hab keinen Chakra. Seh ich gerade. Ach komm. Eiskalt. Zack noch ein Treffer. Dann haben wir es. Und geschafft. Müssen wir nur noch den Eimer besiegen. Mit Flammenschwert. Stierbom. Pff. Kleinigkeit. S-Rang sogar. Perfekt ey. Wuhu. Juhu. Yeah. So muss doch alles laufen. Jetzt gehen wir direkt zum nächsten. Oh mein Controller geht leer. Glaub ich muss gleich mal irgendwie neue Batterien rein tun. Wenn ich wüsste wo ich welche habe. Die fliegen irgendwo bei mir rum. Irgendwo hier in der Schublade wahrscheinlich. Muss man eben kurz suchen. Mal kurz warten. Gucken wir doch mal. Schreibtisch zum Müll. Egal. Da haben wir doch schon mal eine Batterie. Und da ist die nächste. Ich hoffe die funktionieren noch. Gucken wir doch mal. Brrung. Da habt ihr gerade. Ich schmeiß erstmal weg hier. Brauch ich nicht mehr. Ich hab keinen Bock. Dass während des Kampfes mir der Controller leer geht. Ach ja. Der Xbox Controller ist schon schön und gut. Aber das Batterienwechsel kann irgendwann auch nerven. Die Batterien halten ja lange. Gucken wir mal. Also der zeigt mir zumindest genug Platz an. Und zumindest der blinkt nicht. Sollte also reichen. Das Zusammenfassung. Das Opfer des dritten Hokage hat die Zerstörung von Konoha gestoppt. Einige Tage später zwei Ninjas mit Verbindung zu den Akatsuki. haben das jetzt wieder friedlich der Dorf infiltriert. Ihren Namen. Itachi Ushia und Kizamo Hoshigaki. Kakashi und die anderen spüren die Gefahr. Und stellen sich den Eindringen rasch in den Weg. Aber. Das große, große Aber. Kam gewinnen. Gesundheit anzeige konstant über 40%. Extra-Kraft-Moji kriegen wir dafür fünfmal. Habe ich glaube ich noch nie benutzt. Konstant über 40%. Nehmen wir mal Held rein. Dann nehmen wir die. Da hin. Da hin. Da hin. Und. Da hin. Passt das schon. So. Kampf beginnen. Haben wir doch gut ausgerüstet. Gegen Itachi. Oder Kizamo? Ne. Itachi. Okay. Asume haben wir als Teamkollegen. Asume. Diesmal nicht als Wiederbelehrter. Gott sei Dank. Der legt direkt voll los. Ach komm. Kollege du. Machst hier gerade einen großen Fehler. Was? Wie ich gewinne. Ist ja jetzt hier gerade völlig irrelevant. Und. Los Asume. Ja. Da ging irgendwie nach innen los. Und nochmal flammendes Schwert. Juhu. Fick dich. Oh. Können ultimativen Jutsu Abschluss machen. Mach mal dort direkt mal. Nach. Leck mich. Nein. Ist ja ausgewischen. Jetzt aber. Yeah. Easy going. Der wahre Nachfolger ist eigentlich Sasuke. Aber okay. Lass uns mal so stehen. Aber wir ein S-Rang. S-Rang immer gut. Will nichts anderes haben. Obwohl. Ein super duper S-Plus-Rang. Das wäre doch mal was. S-Rang-Rang-Rang-Rang-Rang-Rang. Naruto's Rasengan. Nach Itachis Angriff reist Naruto von Tatenduos der Feld weiter. Hiraiya will die Hokage-Kandidatin Tsunade zurück nach Konoha bringen. Am Ende ihrer Reise finden sie Tsunade auf dem Weg nach Tansaku. Kenn ich nicht. Doch da tauchen Orochimaru und sein Berater Kabuto auf. Den wir mal auch wieder kennenlernen werden. Die es auf Tsunades-Kraft abgesehen haben. Naruto kämpft gegen Kabuto. Um Tsunade zu schützen. Mhm. Kampf gewinnt. Feindlicher Angriff nimmt Chakra. Oh mein Gott das will. Kampf mit ultimativen Jutsu gewinnen. Damit ich mit Rasengan gewinne. Oh mein Gott das ist klar. Pfff. Leucht. Ist auch noch alles eingestellt. Gefällt mir. Können wir direkt rein starten.